Okay, hier wurde, wie gesagt, anscheinend nicht viel gemacht. Ah. Was? Was klopft denn hier? Oder bin ich das? Das bin ich. Ich dachte, da klopft irgendwas. Scheiße. Ja, war mir klar, ich muss hier rein. Oh, fuck, was ist das? Oh, Mann. Och, bitte. Oh, nein. Ich hab kein gutes Gefühl. Die Konzentration hat geschlossen. Okay. Hab ich ja nochmal Glück gehabt. Oh, kacke. Überall Geräusche und überall gekrutscht sind. Scheiße. Gut. Ich denke... Ich hoffe, wir... Oh, scheiße. Von hinten oder was? Ach, da ist der rein. Oh, blöde Idee. Scheiße, die sind auch wieder dabei. Diese ganz schnellen Mistviecher, die sind ätzend. Die sind richtig ätzend. Im ersten Teil gab's noch so ein, äh, so ein Vieh, das konntest du nicht killen. Das konntest du nur über die Level mit so einer, mit so einer Brennanlage, die war natürlich in diesem, äh, in diesem Abteil vom Level drin. Aber du konntest das nicht killen. Und das war richtig nervig, weil, ähm, da gab's eine Stelle, du musstest dann so mit deiner Chinese, äh, so, so Wände oder riesige Kisten verschieben. Und diese, dieses Gefühl im Nacken, dass das Vieh jederzeit oben aus der Wand kommen kann. Und ich, ich versuchte auch zu fressen, beziehungsweise zu killen. Ach, scheiße. Das war ganz link. Och, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und wo denn? Wer kotzt mich denn hier an? Mann, 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 Mann. Ich krieg schon wieder stoppen. Am Arsch. Komm doch. Drecksvieh. Ach, da. Ja, hier haben sie nicht aufgeräumt. Oh, scheiße. Bräuchte mal ein Jedi-Kid. Oh. Ja, hier haben sie definitiv Licht aufgeräumt. Ähm. Fußball. Naja. Boah, was ist das denn? Oh, Mann. So. Können wir bitte von diesem Schiff endlich runter? Schwierlosigkeit. So. Aufgabe hinzugefügt. Die Wehre. Fange den Regierungssektor mit den Gravitations- Hatten wir schon. Aktiviere die Zentrifuge. Ja, dann machen wir das doch. Was kriege ich hier drin? Nichts. Das sind ja... Das sind ja... Das sind ja gute Sachen. Lass mich raten. Ich muss da wieder was reinstecken. Wahrscheinlich genau das dann. Ja gut, die... Ich sag mal, die Rätsel sind jetzt in dem Spiel nicht so... Megaschwer. Das ist eigentlich... Können wir sagen, mit der Chinese irgendwas packen und irgendwo reinstecken. Es ist echt so. Irgendwo was reinstecken und dann ist gut. Die einzige Sache ist... Man muss diese Teile erstmal finden. Aber gut, hier ist es gar nicht. Die Teile blinken. Ja gut. So, das kommt dann noch hier rein. Dann dürfte das Teil auch eigentlich repariert sein. Was ist das denn? So, zumindest... Eins fehlt noch. Alles klar. Wo ist das? Ist da Sauerstoff da hinten? Tatsache. Oh nein. Ich ahne, ich ahne fürchterlich. Ah. Wie ist es, wenn wir hier dabei nicht attackiert? Das wäre wirklich nervig. Ja, ist was das jetzt? Oder... Fehlt da noch eins? Nö. Soweit, ich weiß jetzt nicht. Ja, warum funktioniert es jetzt nicht? Was soll das? Ah, ist das ätzend. Ich hasse sowas. Jetzt sagt bitte nicht, dass die Teile auch noch richtig gesteckt werden müssen. Aber was soll das hier? Da muss ich nicht hin. Äh. Ist es schlimm, wenn ich jetzt gerade kurz auf dem Schlauch stehe? Ah. Ah. Okay, ich verstehe. Ah. Von wegen einfach nur reinstecken. Na, komm her jetzt. Man muss jetzt zwar reinstecken, aber richtig reinstecken. Ich bin manchmal so hell. Ich hab da, ich hab da jetzt ehrlich gar nicht drauf geachtet am Anfang. Jetzt passt's. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Also mein Controller fängt auf jeden Fall an zu vibrieren. Was soll ich jetzt machen? Und zurück. Okay. Kein Problem mit. Aber ich geh jetzt nochmal einen Raum weiter. Ja, ich geh jetzt nochmal einen Raum weiter, weil... Vielleicht ist da ja was... Oder auch nicht. Aber wundert mich, dass hier jetzt keine Viecher kamen. Dafür werden sie wahrscheinlich jetzt hier in den Raum kommen. Oh, nett. Schon wieder. Ah, das war die Erinnerung vom ersten Teil. Weil das Teil kam nämlich aus der Wand da hinten. Genau da kam das Teil her. Das, was uns gerade gegriffen hat. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, wir werden gegriffen. Krass. Das, das ist geil gemacht. Sowas mag ich. Ellie, die Zentrifuge ist online. Ich gelade zurück zur Bahnstation. Okay. Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich aus dem Laufenden. Klar. Immer. Diese Stimmen. Ich muss nochmal in diese Kontaminierungskacke, ne? Scheiße. 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 Wann. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Wo kommen, wo kommen, wo kommen, wo kommen, wo kommen. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, was ist denn hier los? Hier kommt ja auf einmal ein ganzer Spall. Warum ist die sich denn versammelt? Oh, Mann. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ey, wehe. Wehe, der bringt unsere coole Ellie um. Dann möchte ich ihm persönlich in den Kopf ballern. Ganz alle. Scheiße. Okay, ich bräuchte doch langsam mal Munition. Ich müsste mal die andere Waffe nehmen. Na, komm. Oh, wieder nett gedrückt. Mein Fehler, Entschuldigung. Ähm. Tja. Heute noch. Oh, Mann. So. Ja, weiter geht's. Wolle, er schließt sich schnell zurück. Dreckstack. Oh, Mann. Am Arsch. Ah ja. Natürlich. Ach, scheißlau. Kommt doch her. Oh, Isaac. Scheiße, tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut, Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt. Die Kanten der Brücke sind bereichert. Hier verbraucht sich nach sechs Stunden. Sie ist nicht trainiert. Allein. Aber noch zu, Isaac. Mach ruhig weiter. Ich verstehe die Frau einfach nicht richtig. Irgendwann ist, ja, mach ruhig weiter. Und da, 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 da. Ja, machen wir ja auch. Machen wir ja auch. Wir gehen jetzt weiter und... Was ist denn hier kaputt? Oh, nein. Ein Darkroom. Oder eher gesagt, Black. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, weiter. Weiter geht's. Ich hätte mir vielleicht doch noch eine vierte Waffe mitnehmen sollen. Ja, da will ich jetzt noch nicht rein. Ich will erst mal ein bisschen Zeug aufsammeln. Hier in den Stasepark. Dann in... Oh nein. Ihr habt doch... Ich hab euch doch eben von diesem Monster erzählt. Mit diesen, äh... Mit dieser Brennanlage. Jetzt sind wir in diesem Raum. Hier war das. In diesem... In diesem Teil musste ich dieses Monster... Verbrennen. Und das war echt nicht leicht. Oh, scheiße. Dreck. Okay. Ach, weg. So wird das nix. Gut, 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 gut. Ich brauch erstmal Medikit. Zumindest ein kleines. Also ich muss zugeben, das zehnte Kapitel geht doch schon ziemlich im Moment. Ah, das wird nix. Ah, doch. Alter. Was ist das? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube wirklich nicht. Ekelhaft. Können die ganzen Leute wieder aufräumen. Super. Haben doch jetzt hier alles sauber gemacht. Mann, 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 Mann. Diese... Diese Atmosphäre. Das ist unglaublich. Also richtig, richtig geil gemacht. Wir machen das jetzt so, denn ich werde gleich einen Friseurtermin haben. Ich muss mir nämlich mal die Matte vom Kopf schneiden lassen. Zumindest mal zum Teil. Ich mache hier dann nochmal einen kleinen Schnitt. Werd das alles nochmal zusammenschneiden. Bisschen rendern. Und dann sehen wir uns. Ja gut, für mich wird es ein bisschen dauern. Aber wir... Ihr könnt ja dann gleich weitergucken. Dann schon mal... Noch einen schönen, wunderschönen Tag. Und so weiter. Man kennt das ja. Man ist ja einfach nur höflich. Also, genießt den Tag noch. Macht's gut.